Seine Augen strahlen und sein Mund ist zu einem verschmitzten Grinsen geformt. Kein Wunder, Alexander von Schweden hat Grund zur guten Laune, denn am 19. April 2022 feiert der Mini-Prinz seinen sechsten Geburtstag. Deswegen teilen Mama Prinzessin Sophia und Papa Prinz Karl Philipp auf ihrem Instagram-Kanal dieses süße Foto. Sichtlich stolz, wie groß ihr Erstgeborener schon geworden ist. Dazu schreiben sie, wie quirlig und wunderbar ihr Sohn ist. Auch seinem Signature-Look bleibt der kleine Prinz bereits in jungen Jahren treu. Ein Blick auf die Geburtstagsschnappschüsse von 2021 zeigen sein freundliches, etwas schüchternes Lächeln. Nur seine Haare sind im Vorjahr noch deutlich kürzer. Diese Wuschelmänner lässt den Prinzen tatsächlich noch etwas süßer aussehen. Außerdem weicht das Hemd in diesem Jahr einem weißen Poloshirt mit hellgelben Pullover darüber. Ziemlich stylisch und lässig zugleich, wie sich der Grinse-Prinz hier zeigt.